Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute ein mentales Thema. Wie kannst du komplett befreit aufspielen am Matchtag? Und wie hast du keine Angst vor diesem Tag? Dafür haben wir den Experten geholt. Nico ist Mentaltrainer für Fußballer. Und wir werden hier ein bisschen darüber sprechen. So interviewmäßig locker. Und ja, stell dich doch auch noch ganz kurz vor, damit alle wissen, was du machst. Ja, genau. Also vielen Dank erstmal für die Einladung hier zum Interview. Dass man da ein bisschen sprechen kann, eben über das sehr wichtige Thema über den Kopf. Werdet ihr jetzt auch noch erfahren. Mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Nico. Nico de Villa. Und ja, bin Mentaltrainer, also ausschließlich für Fußballer. Wir nehmen nur Fußballer, ansonsten nichts. Und genau bringen die einfach im Kopf wirklich auf absolut Champions League Niveau. So, dass sie dann auch ready wären, um eines Tages dann halt dort auch zu spielen zu können. Weil es einfach ein brutal, ja, fundamental wichtiger Bestandteil ist, genau. Das weisst du ja auch, aber das wirst du jetzt dann gleich noch erzählen, oder? Ja, ich erzähle kurz noch eine Story zu mir. Und dann kommen wir direkt in die Materie, damit ihr profitieren könnt und etwas mitnehmen könnt. Viel Spaß. Ja, komplett befreit aufspielen. Etwas, das ich, ja, leider oftmals so nicht gemacht habe. Oder ich hatte immer das Gefühl, ich bin vielleicht bei 70 Prozent, vielleicht teilweise sogar nur bei 50 Prozent. Ich hatte immer das Gefühl, ich könnte mehr, wie ich am Spieltag abliefere. Und das hat sich so durchgezogen in vielen Jahren in meiner Jugend. Und da mache ich mir sogar heute noch Gedanken, was wäre gewesen, wenn ich da wirklich alles aus mir rausgeholt hätte. Also wahrscheinlich geht es vielen da draußen auch so. Und, ja, es ist eine Problematik, die, da muss man etwas dagegen tun, weil sonst kommt man da wirklich nie an sein, richtiges Potenzial. Wie siehst du das? Du bist da der Experte. Darum haben wir auch Nico am Start, um solche Fragen, ja, professionell klären zu können. Ja, genau, also, hallo zusammen. Und, ja, freut mich diese Frage oder auf diese Frage heute auch ein bisschen vertiefter einzugehen in diesem Video. Und, ja, wie du das jetzt auch so schön geschildert hast, eben, dass es vielleicht im Training oftmals viel, viel besser läuft. Und dann im Spiel, dass man irgendwie sich gewissermaßen gelähmt, blockiert fühlt. Das haben sehr viele Spieler, wirklich sehr viele Spieler, obwohl es natürlich niemand so öffentlich zugibt. Das ist, das ist das Ding. Also, das habe ich damals auch nie so, ja, auch niemandem so richtig gesagt. Ja, so, danach ist es easy, darüber zu sprechen, kein Problem. Aber zu dieser Zeit, ja, du willst es nicht zugeben. Ja, genau, man schämt sich vielleicht ein bisschen dafür oder denkt, es ist uncool oder so. Aber sehr viele haben es, dass sie nicht ihr volles Potenzial halt genau dann punktgenau auf den Platz bringen. Das kann ich sagen, weil wir ungefähr, ich glaube, mittlerweile über 1000 Spieler mental getestet haben. Also, mit einem gewissen Mentaltest. Und dort sehen wir wirklich verschiedene Säulen, was die mentale Stärke halt ausmacht. So, Selbstvertrauen, Winner-Mentalität, wie gut kannst du Fehler abhaken und so. Und das schlechteste ausgeprägteste bei diesem Test von ungefähr 1000 ist wirklich der Tag X. Also eben der Spieltag, dass sie die Leistung am Spieltag nicht so wiedergeben können, wie sie es eigentlich könnten. Und halt der Umgang mit dem Druck. Das sind die zwei Schwachstellen, die sehr, sehr auffallen durchs Band bei diesem Test. Genau, und der ist ungefähr, das Maximale ist ja 100 Prozent und der ist aber ungefähr bei 45 oder 50 Prozent. Also es sind schon viele Spieler, die das betrifft. Darum wirklich ein Thema, das man anschauen sollte. Da gibt es viel Luft nach oben. Definitiv. Ja, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, hast du da eigentlich schon mal so einen Tipp, wie man das angehen sollte? Weil ja, für viele Spieler macht das einen riesen Unterschied für die ganze Karriere. Wenn du den Spieltag nicht abliefern kannst, ja, dann ist es sehr, sehr schwierig. Hast du da irgendeinen Tipp, wo du schon mal so raushauen kannst, wie man das Ganze angehen kann, diese Problematik? Ja, definitiv. Also ich kann euch auch gleich mit mehreren Tipps da um die Ecke kommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es sind mehrere Faktoren, die das beeinflusst, quasi dieser Spieltag, dass du dann tatsächlich die beste Leistung auf den Platz bringen kannst. Also zum einen ist es mal, wie gut ist dein Selbstvertrauen? So, das können wir auch noch separat in einem Video nochmals behandeln. Das ist super, auch ein Thema. Wichtiges Thema. Also das ist mal der erste große Faktor. Wie ist dein Selbstvertrauen? Und wie nimmst du die Herausforderung wahr, die jetzt auf dich wartet? Also was ist der Spieltag für dich? Ist das jetzt überwichtig? Und wenn ich hier versage, dann ist meine ganze Karriere am Arsch? Oder quasi, oh krass, der Tabellenführer kommt zu uns, die sind sicher brutal stark und so? Oder denkst du eher, okay, der Tabellenführer kommt, geil, wir können nur gewinnen, jetzt stellen wir diesen Bein. Und wie du denkst über diese Herausforderung, gibt es natürlich noch mehr, so siehst du auch diese Herausforderung. Also wenn du natürlich das Ding jetzt überwichtig machst, wow, wichtigstes Spiel in meiner Karriere, etc., etc., dann schraubst du das immer hoch, den Druck. Und wenn dann dein Selbstvertrauen nicht so gut ist, dann schaust du so von unten quasi an diese Herausforderung hoch und dann fühlst du dich klein, du fühlst dich dem nicht gewachsen. Und das ist der Grund, warum eben viele dann blockiert sind, weil Angst löst ja gewisse Dinge im Körper aus, wie Cortisol, Adrenalin, die halt gewisse Dinge dann verändern im Körper, im ganzen Prozess. Und das verändert dann eben auch vieles im Spiel, dass man das wirklich nicht mehr so abrufen kann. Darum ist eigentlich das Ziel, dass man die Herausforderung heruntermacht, so, okay, ist nur ein Spiel, quasi, okay, dann kommt halt der Tabellenführer, wir können nur gewinnen. Solche Dinge halt, kann ich noch ein paar Tipps danach geben, was da auch wichtig ist. Und dann halt das Selbstvertrauen hochzuschrauben, so. Diese zwei Dinge sollte man grundsätzlich unternehmen, so. Genau. Und dann kriegt man das auf, ich sage jetzt so mittelfristig, in ein paar Monaten, wenn man an dem arbeitet, kriegt man das hin. Dass man dann wirklich mit der Zeit das zeigen kann, was halt wirklich in einem steckt. Genau, das ist wichtig. Das wäre schön gewesen, hätte ich das schon früher gewusst oder hätte, ich denke, ich war mir der Problematik nicht so bewusst oder ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie ich das lösen könnte. Ich denke, das war vor allem das Problem. Ich hätte nie an Mentaltraining gedacht in diesem Alter. Jetzt mittlerweile sehe ich es auch als richtig wichtig an, auch dank dir, da ich von dir ja schon ein bisschen was erfahren habe. Das heißt eigentlich, erster Schritt ist auch überhaupt sich das bewusst zu sein, oder? Ja, definitiv. Und dann kommen die Tipps ins Spiel, die man eigentlich konkret umsetzen kann. Ja, genau. Also das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Bewusstsein, dass der Kopf halt eine wichtige Komponente, ein wichtiger Faktor ist, der ist noch nicht wirklich durchs Band durchgedrungen. Obwohl jeder Profi immer wieder davon spricht, dass Fußballspiele im Kopf entschieden werden. Denn heute hat es die Mentalität ausgemacht. Piolo sagt eben, Fußball wird vor allem, glaube ich, im Kopf gespielt und nicht mit dem Fuß. Da ist nur das Werkzeug. Es gibt tausende Zitate, die wir auch immer wieder posten und so, zum einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass der Kopf eine wichtige Säule halt ist, nebst dem, was du in den Füßen hast, nebst dem, wie schnell du bist, wie hoch du springen kannst, wie gut die Kondition ist, etc., also die Füße ist, wie gut bist du taktisch. Also der Kopf gehört dazu und wenn der nicht stark ist, dann limitiert er dich. Also daher mal dieses Bewusstsein zu haben, A, ist sicher wichtig und zweitens auch zu wissen, dass man das stärken kann. Genau, weil es lässt sich trainieren. Die mentale Verfassung ist ähnlich wie ein Muskel, kannst du so ungefähr vergleichen, wenn du dich immer wieder mit den richtigen Übungen damit beschäftigst, das trainierst, dann wirst du stärker und dann wächst das Selbstvertrauen, etc., du kannst besser mit Druck umgehen. Also genau, Punkt A ist mal wirklich Bewusstsein zu haben, dass es wichtig ist, zweitens, dass man es trainieren kann und ja, genau, und dann kann man eigentlich in die Umsetzung kommen. Okay, genau. Ja, interessant. Hast du gerade einen konkreten Tipp, wie man so eine Übung oder irgendetwas umsetzen kann? Ich denke, das wäre für die meisten noch sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Also ich beziehe es jetzt gerade auf dieses Thema Spieltag, wie du den Druck regulieren kannst, wie du die Herausforderung kleiner machen kannst und nicht so übergroß. Ich mache das jetzt mal auf das und eben Selbstvertrauen schauen wir danach noch an, im zweiten zweiten Video. Genau. Hier etwas, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, obwohl das viele anders denken, sich wenig vorzunehmen für das Spiel. Nur das, was man wirklich komplett zu 100% selber in der Hand hat. Also ich laufe, was ich kann, so. Ich laufe sehr viel, ich kämpfe und halte die taktischen Vorgaben vom Trainer ein. Mehr nicht. Keine 27 Vorlagen, drei Tore, dies und das, drei Tunnels. Weil je mehr, dass du dir vornimmst, schraubst du wieder diese Anforderung, die Herausforderung hoch. Und dann passiert der erste Fehler und du denkst schon, scheiße. Dann, jetzt ist der erste Fehler passiert, jetzt darf ich aber ja keinen Fehler mehr machen und so. Und dann fängt dieser Teufelskreis bei vielen an. So, genau. Also daher, ein Tipp, der echt gut funktioniert, obwohl er ein bisschen paradox ist, nimm dir weniger vor. Nur das, was du selber beeinflussen kannst. Ja, hätte ich nie gedacht, irgendwie, aber spannend, ja. Ja, das ist echt gut, weil grundsätzlich ist man ja trotzdem gewillt, ein gutes Spiel zu machen. Und wenn man sich nur die einfachsten Dinge vornimmt, dann gelingt vielleicht noch eine gute Flank, ein guter Pass oder so, irgendetwas. Dann hat man wie so einen Pluspunkt. So, dann denkst du, oh geil, habe ich mir gar nicht vorgenommen, ist trotzdem passiert, geil, nehme ich mit. Und wenn du halt so eine riesen To-Do-Liste hast, quasi, um umzusetzen, dann ist es einfach okay, ja, musste ich ja machen. Jetzt muss ich gleich wieder etwas Perfektes machen. So kommst du einfach einfacher in den Flow. Okay. Genau, weil du, ja, Druck rausnimmst. Ja. Dann soll ich gleich noch mehrere Tipps. Ja, ich glaube, wenn du noch was auf Lager hast, umso besser. Sehr wichtig ist auch, wie du grundsätzlich mit dir sprichst. Also ganz, ganz wichtig ist, positiv mit sich selber zu sprechen. Das hat man vielleicht auch schon viel gehört. Man soll positiv denken, dies und das, aber das fällt dem einen oder anderen nicht so leicht. Ja. Darum, wie kannst du deine Gedanken beeinflussen, dass sie wirklich positiv werden? Das ist, indem du mit dir selber halt sprichst. Ja. Ja. Wenn du dir selber jetzt sagst, innerlich, das muss nicht laut sein, so, hey, ich bin krass heute, das kommt gut, ich bin ein guter Fussballer, dann fängst du mit der Zeit automatisch das anzudenken. Und so wie du denkst, so fühlst du dich auch. Also wenn du denkst, ich bin krass, ich bin gut, dann fühlst du dich auch, genau, wenn du denkst, du bist der beste Fussballer der Welt, dann verhältst du dich auch so auf dem Platz. Aber du musst es halt immer wieder, immer wieder, immer wieder, sonst geht es nicht. Und aber das andere ist ja auch, wenn du denkst, scheiße, kommt das heute gut, ich weiß nicht, ich glaube, der Gegner ist stärker, die sind Erster und so, dann fühlst du dich ja klein und schlecht und so, oder? Ja, automatisch, ja. Dieses Feeling nimmst du mit auf den Platz und so verhältst du dich. Wenn du dich krass fühlst, verhältst du dich halt breiter Fuss, du willst die Bälle, du bietest dich an, etc. Und wenn du dich klein fühlst, unsicher, dann möchtest du gar nicht unbedingt den Ball, eben dann verhältst du dich so, du versteckst dich ein bisschen hinter dem Gegner. Ist ja gleich, wenn du nicht den Ball kriegst. Und jetzt resultiert ja etwas komplett anderes daraus. Wenn du dich verhältst wie Ronaldo, dann fällst du auf. Du wirst auch Fehler machen, ohne Frage, aber du fällst auf, weil du dich immer wieder anbietest und so, du hast Selbstvertrauen, du hast viel mehr Aktionen. Wer mehr probiert, dem kann auch mehr gelingen, so. Und wenn du dich schon pauschal einfach immer versteckst auf dem Feld, dann machst du vielleicht weniger Fehler, das kann sein. Aber du fällst nicht auf. Und wer hohe Ziele hat im Fussball, wenn du einfach einer von 22 jetzt da bist, graue Masse, dann wirst du es nicht weit schaffen. Also, man muss auffallen, man muss der Spieler sein, auf seine Position, der auffällt, da muss man ein bisschen Risiko nehmen. Genau. Und darum ist eben so wichtig, bei den Gedanken anzufangen. Nur wenn du denkst, du bist brutal, wirst du auch brutal spielen können. Und das muss einfach schon mal stehen als so Fundament, sage ich mal. Ja, genau. Und dort scheitert es schon mal viel. Ich denke, einige wissen das, aber niemand prägt sich das immer wieder so ein. Das ist das Problem. Genau. Und das ist jetzt eben auch wichtig. Man muss sich das wirklich aktiv einprägen. Also, das ist ja wie mit allem. Wenn du jetzt irgendwelche Nachrichten immer wieder liest, dann wird das immer mehr unbewusst. Unbewusst. Auch sogar Fake News. Ja, genau. Dann denkst du immer mehr an das und so. Aber das kannst du ja auch positiv für dich nutzen, wenn du dich immer wieder mit deinen Stärken befasst. Wenn du dich immer wieder, ja, nehmen wir jetzt ganz einfach Stärken. Du befasst dich immer mit deinen Stärken. Dann wird das ja auch immer präsenter. Die werden immer größer. Und die Schwächen, die werden dann wie so ein bisschen überschrieben. Und das ist ja sehr wichtig für das Selbstvertrauen, was wir eben danach noch ein bisschen genauer durchleuchten. Ja, da kommt noch ein zweites Video dann. Genau. Weil Selbstvertrauen ganz, ganz wichtig. Also eben schlussendlich sich immer wieder mit diesen Sachen halt zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen. Auch wie so einen mentalen Trainingsplan zu machen. Das machen wir mit unseren Jungs. Die kriegen so einen mentalen Trainingsplan mit auf den Weg, dass sie das wirklich immer wieder sich mit diesen Dingen beschäftigen. Weil, ja, das muss man fast. Weil grundsätzlich, man hört ja immer viel Kritik vom Trainer. Das kannst du noch besser machen. Das kannst du noch besser machen. Und wenn du dich nie mit dem beschäftigst, was du eigentlich schon mitbringst. Dann fühlst du dich einfach mit der Zeit so mangelhaft und nicht gut, obwohl du eigentlich brutal wärst. Ja, guter Punkt. Das ist auch etwas, was wir öfters sagen, so ein bisschen die Stärken stärken, dass du eben herausstichst. Da geht einem dasselbe eigentlich rein. Ja, definitiv. Das ist ein wichtiger Punkt. Genau, genau. Ja, genau. Das ist auch absolut das, was wir auch predigen. Also zuerst mal wirklich das zu analysieren, zu schauen, was bringst du schon mit. So, was hast du in dir? Und mal aus dem, was du schon mitbringst, das Maximale rauszuholen. Und dann liegt es mit der Zeit auch drin, noch zwei, drei Schwächen, an denen zu feilen, die deine Stärken dann nochmals besser erscheinen lassen, sozusagen. Ja, guter Punkt. Oder auch die Schwächen, dass sie dich nicht zurückhalten, sagen wir auch. Ja, genau. Auf ein Level bringen, die dich nicht von irgendetwas Großem abhalten. Genau, genau. Also wenn du einen brutalen Abschluss hast, der ist mega gut, das ist eine Waffe von dir, aber vielleicht ist jetzt ein 1 gegen 1 Offensiv nicht so gut, dass du halt nie in den Abschluss kommst, dadurch, auch, dann macht es natürlich Sinn, an dem zu arbeiten, dass du noch mehr deine krassen Abschlüsse da ausspielen kannst, so. Aber ich sage immer, wenn du nicht Englisch sprechen kannst, das eine Schwäche ist, aber du nie Englisch brauchst, in deinem Job oder so, dann scheiß drauf. Dann musst du das ja jetzt nicht stärken, für was. Definitiv. Genau, und so ist es ja auch im Fußball. Wenn du gewisse Dinge einfach nie brauchst, dann muss auch nicht zwingend jetzt ein Fokus darauf gelegt werden, weil die Zeit ist begrenzt, du hast nur eine gewisse Anzahl Stunden am Tag, wo du trainieren kannst. Wenn du Schwächen trainierst, verlierst du Zeit, um deine Stärken zur Waffe zu machen. Ja, genau. Das ist so. Genau. Und auch vom Mindset her, eben auch, das ist ja wieder dieses Selbstvertrauen-Ding. Wenn du dich immer mit dem, was dir fehlt, auseinandersetzt, dann geht eben dieser zweite wichtige Faktor, das Selbstvertrauen, automatisch runter. Macht Sinn, ja, das macht definitiv Sinn. Genau. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Ja, jetzt sind wir schon fast ein bisschen ins zweite Video eigentlich reingekommen. Das ist nochmal so ein Teaser. Ja, genau, dort kommen wir noch ein bisschen detaillierter dazu, weil wir haben auch schon viele Fragen dazu erhalten, so Thema Selbstvertrauen, das ist logisch. Und da möchten wir auch mit Nico auch noch ein geiles Video abdrehen danach und dann kommt das auch bald raus. Dann habt ihr da noch weitere Infos, die ihr direkt umsetzen könnt. Ja, jetzt haben wir eigentlich zwei konkrete Tipps schon mal gehört. Ich weiß, dass sie dann mit den Spielern individuell noch viel detaillierter natürlich das Ganze angehen. Jetzt ist natürlich nur die Oberfläche ein bisschen angekratzt. Trotzdem denke ich, dass schon einige davon profitieren können und so bewusster werden. Und wegen der Problematik war ja der erste Punkt überhaupt, sich dessen Bewusstsein schon ein paar gute Tipps gegeben. Danke dir. Sehr gerne. Und für mehr und für eine bessere Betreuung schaut wirklich direkt bei Ihnen vorbei. Wir haben schon einige Spieler, die bei Ihnen auch im oder bei euch ja schon im Mentaltraining sind. Und ich habe nur Gutes gehört und der Kopf gehört heute einfach nur mal dazu. Ich persönlich, ich wäre froh, wäre ich bei euch gewesen vor zehn Jahren. Ganz im Ernst, hätte wahrscheinlich vieles bewegt. Dann werden wir heute vielleicht noch diese Videos machen, das wäre auch schade. Keine Ahnung. Es gibt viele andere gute Spieler, aber vielleicht hätte es ein bisschen auf ein höheres Level gereicht. Wer weiß, und ich hätte wirklich mein Potenzial zeigen können. Es geht sicher vielen so. Und von dem her, checkt Ihren Kanal ab, schaut bei Ihnen vorbei, wenn euch die ganze Sache interessiert, für jeden Fußballer zu empfehlen. Und danke dir für die Zeit. Zweites Video wird jetzt noch aufgenommen. Genau. Danke fürs Einschalten. Und ja, unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Seht ihr alles zu Nico. Und ich danke dir. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.